Es ist nun über 20 Jahre her. Wir wollten nicht zur Luftwaffe, Marine oder Heer. Wir halfen Menschen für eine bessere Welt. Wir strebten nach Menschlichkeit und nicht nach Geld. Weizsäcker hat unter Hitler gedient. Mein Vater war nicht wie sein Jahrgang. Als Zivi hab ich ohne Waffe gedient. Im Krankenhaus über ein Jahr lang. Es gibt Veränderungen in jeder Generation. Das ist so üblich, daher wussten wir das schon. Ich sage frei und frank, der Friedenspolitik. Vielen Dank. Die Geschichte gab uns schließlich recht. Der Kalte Krieg war überflüssig, dumm und schlecht. Der Ost-West-Konflikt kam zum guten Schluss. Die Menschen begegneten sich und es fiel kein Schuss. Das Denken der Menschen ist der Schlüssel zum Handeln. Wer seinem Denken bewusst ist, der ist fähig zum Wandel. Jeder Mensch projiziert in seiner Sprache sein Denken. Das Denken tut ihn und andere Menschen lenken. Es gibt Veränderungen in jeder Generation. Das ist so üblich, ja das wussten wir schon. Ich sage frei und frank, der 80er Jahre Politik. Vielen Dank. Dass Menschen die Realität mit Sprache bilden. Das sehen wir bei einem Vergleich von uns und den Wilden. Wir sind alles Menschen und die Bezeichnung, die Wilden, zeigt nur die eigene Sicht, die wir uns selber bilden. So ist es auch mit dem Kalten Krieg. Soldaten denken stets nur an den Sieg. Dass Menschen als Menschen leben hier auf Planet Erde, ist eine Sicht, die tut die Dummheit gefährden. Es gibt Veränderungen in jeder Generation. Das ist so üblich, ja das wussten wir ja schon. Ich sage frei und frank, der Friedenspolitik. Vielen Dank. Menschlichkeit ist mit Menschen eng verbunden. Dafür haben sich Philosophen lange geschunden. Jeder Mensch ist ein 7-Milliard-Zeteil. Dies Bewusstsein macht jede Gesellschaft heil. Es gibt Veränderungen in jeder Generation. Das ist so üblich, ja das wussten wir schon. Ich sage frei und frank, der 80er Jahre Politik. Vielen Dank. Der Zivildienst hilft Menschlichkeit aktiv zu leben. Diese sinnliche Erfahrung kann dem Leben Sinn geben. Wir nehmen die Realität über Sinne für uns wahr. In Sprache, Kunst und Leben stellen wir unsere Wahrheit dar. Zivis sind biophil und dem Menschen zugewandt. Dieses Denken stets in unserem deutschen Land. Es gibt immer mehr Menschen in Europa, ne globalen Welt. Die Leben respektieren und dennoch machen, was ihnen gefällt. Es gibt Veränderungen in jeder Generation. Das ist so üblich, das wussten wir ja schon. Ich sage frei und frank, der 80er Jahre Politik. Vielen Dank. Es ist nun über 20 Jahre her. Wir wollten nicht zur Luftwaffe, Marine oder Heer. Wir halfen Menschen für eine bessere Welt. Wir strebten nach Menschlichkeit und nicht nach Geld. Herr Weizsäcker hat unter Hitler gedient. Mein Vater war nicht wie sein Jahrgang. Als Zivi hab ich ohne Waffe gedient. Im Krankenhaus über ein Jahr lang. Es gibt Veränderungen in jeder Generation. Das ist so üblich, ja das wussten wir ja schon. Ich sage frei und frank, der Friedenspolitik. Vielen Dank. Mit zivilen Dienst ist möglich eine Welt for us all. Wir leben hier zusammen on this little colorful ball. Jeder Mensch erkennt, dass er ein Teil vom Ganzen ist. Wir sind ein Teil vom Planet Earth, das jeder leicht vergisst. Zwiedienst ist ein Standpunkt im Menschenlebenslauf. Egal ob das Leben geht bergab oder bergauf. Wir sagen nein zu Waffen, die Menschen schädlich sind. Pro Menschlichkeit und Frieden und Schutz für jedes Kind. Es gibt Veränderungen in jeder Generation. Das ist so üblich, ja das wussten wir ja schon. Ich sage frei und frank, der 80er Jahre Politik. Vielen Dank.